...gehört, glaube ich, die Adolo, die Tansu positioniert, rechts und links und über den Bein des Fahrers, das Prinzip weniger wird sich das Fahrverhalten in der Form kaum verändern. Aber Mercedes konnte trotzdem unter 100 Garantäen... ...199, aber natürlich zwei Generationen von Rennfahrern. ...dann und nach leider dieser 28... ...und bei dieser Hölle Leistung gewollt sind, kann man sich gleich vorstellen, wenn man sich die Konzentration anzieht, wie von der Schraubwand, weil sich denn der Bahn in der Aerodynamik direkt und im gerade Auslauf konzentriert und nicht in irgendwelchen Kurven... ...oh, blödhaft! ... niedlich! ... ... ... ... ... Das war's für heute. 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 Das war's für heute.